Ich habe bei Alvisack geteatet und dabei ist alles anders gekommen, als ich es erwartet habe. Nein! Wie kann man so ein Griefer sein? Aber erstmal zurück zum Anfang. Alvi hat seit langem mal wieder 100 Player Alvisack gemacht, wo ich mich eingeschlichen habe mit dem Ziel, diese Castle Games um jeden Preis zu gewinnen. Willkommen zum 100-Spieler-Alvisack. Alvisack sneaken einmal ganz kurz, damit wir sehen, okay, die Leute hören mir hier zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da würden aber viele abgeknallt werden jetzt, ne? Johnsy ist jetzt auch unter diesen ganzen Leuten undercover, hat natürlich 2, 3 Leben. Jetzt würde ich sagen, es geht los. Also, Alvisack aufstehen und stehen bleiben. Ja, ich habe es geschafft, Alvi. Ich bin richtig gut dabei, glaube ich. Oh, das ist nice, nice. Die 3, oh mein Gott, okay. Die waren echt ein bisschen sehr, 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 sehr langsam. Was ist denn da los? In der ersten Runde von Alvisack habe ich einfach versucht, so lange wie möglich am Leben zu bleiben, während ich in der zweiten Runde versucht habe, mit einer geheimen Technik Alvisack komplett zu outplayen und damit für mich den Winzer securen. Alvisack Bauplan raus. Oh, der macht das nicht. Fisch und nehme die Bauplan raus. Sehr gut, Junge, er hat sich umgedreht. Er hat sich umgedreht, um uns anzuschauen, was wir machen. Alvisack aufstehen. Oh mein Gott, Jungs, was ist denn los? Okay, also die alle, die werden schon mal rausgehauen. Das Geist ist krank. Nein, meine Brüder. Das Geist ist krank. Alvisack, Johnsy, trete mal einmal nach vorne. Johnsy will nicht. Na, dann verliert Johnsy jetzt ein Leben. Oh, Johnsy. Hey, Johnsy. Hä, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Bist du nicht? Nein, das bin ich nicht. Schieß den ab. Oh mein Gott. Das bist du? Das bin ich. Der bist du? Das bin ich, ja. Ja, okay. Einmal kurz testen. Es ist Johnsy. Ey. Alvisack wieder in die Reihe steht. Alvisack Bauplan raus. Okay. Alvisack, ihr habt alle ganz kurz Flugrechte. Okay, ihr könnt alle fliegen. Und wir fliegen alle mal ganz kurz hier oben hin. Wir machen weiter. Alvisack, alle, die jetzt zu spät sind, die werden jetzt eliminiert. Okay. Ich muss kurz die Bots hier holen. Dass sie grieven. Ja, geil. Ich sehe sofort. Oh, der Bot, nein. Nein, der Bot, der Bot, der Bot geht, Leute. Der Bot. Oh, nein. Der, oh, nein. Der Bot. Alvisack Bauplan raus. Alvisack sneaken. Alvisack aufstehen. Fischi. Boah, das ist ein bisschen sehr spät, ne? Boah, das ist ja richtig spät. Ey, Petson ist nicht gut. Superheld. Alvisack, zeig mir dein Lieblings-Emote. Dann ist okay. Wenn ich den cool finde. Alvisack sneaken, wer diesen... Warte, Alvisack. Superheld, trete einmal hier vor. Alvisack, alle sneaken, die diesen Emote hier cool finden. Alle, alle bleiben stehen. Alle bleiben stehen. Alle bleiben stehen. Alle stehen bleiben. Wir wollen die raus. Was? Boah, das tut mir so leid, Superheld. Das tut mir so leid. Alvisack aufstehen. Alvisack sneaken. Alvisack aufstehen. Blueprint raus. Okay, gut, 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 gut. Boah, die sind gut. Alvisack sneaken. Boah! Boah, 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 boah. Boah, boah, boah. Oh, ich habe die nicht gesehen. Darf ich Leute griefen? Weiß ich nicht, Johnsy. Oh, nee, nee. Das ist einer von meiner Sorte. Der bleibt bei mir. Alvisack sneaken. Alvisack sneaken. Alvisack aufstehen. Ist es normal, dass man komplett Paranoia hat? Oh, oh. Oh, ich habe die nicht gesehen, Bro. Oh. Oh nein. Nein, ich habe einen Falsche gekillt. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe... Oh nein, 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 nein. Oh, das tut mir leid. Das war sehr aus Versehen. Alter, es sind nur 39 Leute, wir können es schaffen. Alvisack, alle treten jetzt vor, die Johnsy cool finden. Alle vor, alle vor, alle vor. Und stellen sich hier ganz am Rand hin. Hier sind die Hater. Hier sind die Hater. Knall sie ab. Knall sie ab. Ah, warte, 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 ganz kurz. Wir machen jetzt was Besonderes. Alvisack, wer, wer ist... Oh, die Bananen auch? Ich kann sich umschieben. Du hast nochmal einen Hater dazu bekommen, geil. Alvisack, Johnsy trete vor. Okay. Alvisack, alle sneaken jetzt, die Nosekins cool finden. Okay, Alvisack, Nosekin, du kannst dich wieder zurückstellen. Alvisack, Sneaken, alle, die Fischskins cool finden. Okay, 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 okay. Oh, das ist ein wenige Fischskins. Schaut nicht gut aus für dich. Alvisack, Sneaken, wer den Bananen-Skin cool findet. Der ist geil, der ist geil, Schett. Oh, sehr ausgeglichen, ne? Sehr ausgeglichen. Alvisack, Johnsy, stell dich genau hier hin. So, und du weißt nicht, wer hinter dir ist, oder? Du siehst es nicht, oder? Ob Banane oder Fisch, oder? Du brauchst nochmal ganz nah ran geht, aber nein. Alvisack, Fischskin und Bananen-Skin. Stellt euch jetzt so hin, wie ihr wollt. Also entweder nach links oder rechts. Siehst du es, Johnsy? Ich sehe links. Siehst du ihn? Nein, 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 ich sehe links. Okay, dann sag links oder rechts. Äh, rechts. Leben verloren! Nur noch einen Leben. Ich habe nicht Alvisack gesagt. Alvisack, sag links oder rechts. Links. Das tut mir so leid, Flopper. Alvisack, Bananen-Skin, stell dich wieder in die Reihe. Boah, also ich glaube, der Fischskin ist jetzt ein noch größerer Hater, ne? Alvisack, Johnsy, stell dich auch wieder in die Reihe. Ich finde es gemeint, dass ich jetzt wegen dir im Leben verloren habe. Irgendwie ein Dreckssinn. Scheiße. Alvisack, Sneaken. Oh, was ist jetzt los? Die wollen dich. Oh, okay. Aber es gibt ein paar, die sind ein bisschen langsam, ne? Ich habe euch wieder Flugrechte gegeben. Wir wechseln kurz Spot. Alle hier auf diese Brücke bei Eclipses. Genau, ihr seht mich ja. Sehr, sehr gut. Alvisack, alle Sneaken, die mich schon seit über einem Jahr auf YouTube verfolgen. Alvisack, ihr vier, stellt euch jetzt mal ganz kurz bitte jeweils auf einen so einen Block hier drauf. Also jeweils. Genau. Alvisack, Johnsy, trete mal vor. Genau. Alvisack, schau mich an. Alvisack, du sagst jetzt eine Zahl von 1 bis 4 und die dürfen sich nochmal beliebig hinstellen. Alvisack, du schaust mich jetzt an, also kommst du jetzt zu mir, Johnsy? Nein. Alvisack, komm her. Nur noch ein Leben jetzt. Was? Alvisack, nur noch ein Leben jetzt. Doch, 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 klar. Klar, Alvisack, zugehört, du hast dein Leben verloren. Ja, du machst die Regeln, wie du willst. Ja, klar, ich bin der Chef. Alvisack, sagt eine Zahl von 1 bis 4. Alvisack, sagt eine Zahl von 1 bis 4. Nochmal eine zweite. Vier. Alvisack, sag links oder rechts? Links. Okay, Alvisack, du bist der Glückliche. Ey, die Arme, nur weil sie mich seit dem einen wie anderen nicht gucken. Ey, Mann, es tut mir so leid irgendwie. Wir müssen hart sein. Alvisack, aufstehen. Boah, Junge, ich hab Angst, ich hab keine Leiden mehr. Ich hab keine Leiden mehr. Alvisack, sneaken. Okay. Hä, was ist mit dem passiert? Wo kam der jetzt her? Jetzt machen wir eine ganz quicke Runde und dann wird es sehr, sehr wild, okay? Aufstehen. Oh! Oh! Okay, okay. Alvisack, nochmal, alle zusammenrücken. Okay, wir machen jetzt eine ganz, ganz, ganz schnelle Runde, okay? Picke raus. Das kann nicht sein. Wir machen jetzt eine ganz schnelle Runde, okay, Jungs? Alvisack, aufstehen. Sneaken. Alvisack, sneaken. Oh. Oh, Johnsy. Ich hab mich verklickt, Junge, weil ich das geswischt habe. Oh, Johnsy, Johnsy, Johnsy. Alvis, ich mach alles. Ich mach alles für ein extra Leben. Okay, du machst alles für ein extra Leben? Ich mach alles für ein extra Leben. Du sagst jetzt eine Sache und die wäre mir ganz, ganz wichtig, okay? Okay, Alvis ist der tollste YouTuber. Johnsy ist der tollste YouTuber. Es wird nicht besser, Johnsy. Ich bin der tollste YouTuber. Ich bin der tollste YouTuber. Da ich so eine Frage natürlich niemals bejahen konnte, musste ich natürlich jetzt mich dafür revanchieren. Und zwar, wie macht man es am besten? Mit Cheaten. Und genau das haben wir in der nächsten Runde gemacht. Der Plan war folgender. Wir haben einen eingeschleusten, der die komplett gleiche Skin-Kombination hatte wie ich. Und das Ziel war, dass er jetzt für mich die ganzen schwierigen Aldi-Sack-Sachen regelt. Und ich einfach bloß überlebe. Und bei Top 10 switchen wir. Und ich steig für ihn ein und gewinn dann das Ding. Okay. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Ausblick. Ja. Alvis, wie viele Leute wieder da sind, das ist crazy. Ja, das ist ganz krass. Okay. Alvis sagt, Johnsy vordringen. Das ist Spaß. Gewinn. Gitte, wir werden uns ein paar Warnungsrollen, Chad. Alvis sagt, aufstehen. Ich bin jetzt ein bisschen strenger, deswegen. Alvis sagt, sneaken. Wir haben Ballons. Let's go. Alvis sagt, sneaken. Aufstehen. Ich hoffe, Apple macht das gut. Alvis sagt, sneaken. Ich habe wieder alles steht, Chad. Schau dich das an. Aufstehen. Ich habe so Bock. Ich will abdrücken. Ich will abdrücken. Aufstehen. Boah, E-Mann. Hallo da. Boah, 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 boah. Crystal, dich habe ich gesehen. Crystal, dich habe ich gesehen. Tut mir leid. Ein Alvis mit Beschäftiger einfach falsch Leute umzubringen. Moin. Tut mir leid. War ich damit beschäftigt, mich zu beherrschen, einfach keine Leute umzubringen und damit die um tausend V-Bucks zu griefen. Michael, geht irgendein random, der ist so sauer auf mich, Chad. Okay. Alvis sagt, ihr seid schon mal sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir wechseln mal den Spot, sehr, sehr gut gemacht. Alvis sagt, ich gebe euch jetzt mal ganz kurz Flugrechte. Alvis sagt, bitte mir nachfliegen. Guckt mal, ihr seht mich, glaube ich. Ja, okay. Und stellen uns bitte bei dem Main-Gebäude vom Brutal Bastion auf und alle bitte in diesem Kreis hier, okay. Also Alvis sagt, auf das Dach und bitte dann alles hier so rum, drum, rum. Alvis, weißt du schon, wer ich bin? Oder was denkst du, welches ich bin? Nee, ich habe noch keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall auch dabei. Okay, that's good. Oh my God. Jetzt habe ich Angst, wenn ich spektate. Nicht mehr Doppel-Lehrfasse oder Wegen drücken. Ich schaue mir das Ganze jetzt mal hier von der Seite an. Okay, alle in die Mitte gucken. Hier, Flopper, hier, du musst ihn auch richtig entschuldigen. Schön zusammenruhen. Oh my God, nein, Johnsy. Johnsy mitten im Leben weniger. Wieso? Weil ich dich gecrackt habe. Du bist als einziger aufgestanden. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. So schlecht, oh Gott. Machst du mit dem Ballonis? Hallo? Aber wie gesagt, stell dich wieder in die Reihe. Hey, das verstehe ich jetzt nicht. Warum bist du jetzt tot? Und das war es nicht du? Was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich das Leben hatte. Ach so, das war es nicht du? Das war nicht ich. Oh, dann hat er vielleicht ein Slap-Truck genommen oder so. Ja, dann never mind, dann never mind. Also wie gesagt, aufschüttend. Bis jetzt lief eigentlich noch alles wie am Stüch. Mein Doppelgänger hat immer noch gelebt. Eigentlich hat null Plan gehabt, dass ich gar nicht da bin. Aufschüttend. Das Einzige, was ich vermeiden musste, ist eigentlich auf meinen Chat zu hören, der die ganze Zeit sagt, schieß, 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 schieß. Was jetzt dann gleich passiert, ist einfach nur noch ehrenlos. Schieß nochmal. Okay. Ted, wir machen es nochmal. Nochmal, Ted. Aufstehen. Ey, nein. Also, Jungs, bitte. Wirklich. Alvi sagt, alle zusammenrücken. Er rafft es nicht, Ted. Ist die Seite. Alle schön zusammenrücken. Genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Letzter Comment und dann würde ich sagen, wir fliegen, okay? Aufstehen. Oh, super, Jungs. Auch jetzt hat es mal geklappt. Okay, ich habe euch Flugrechte gegeben. Wir gehen zu Megacity. Oh, ich will die nicht. Ich will die Leute nicht abschießen. Und bei Megacity werden wir uns auf einer der höchsten Gebäude draufstellen. Na, wie wird das dann wahrscheinlich? Ich kann nicht irgendeine Leute abschießen. Es gibt eben 1000. Ah, okay. Ich würde sagen, auf dem, hier, Hubschrauberhandelplatz, glaube ich. Okay, ich würde sagen, auf dem, hier, Hubschrauberhandelplatz, glaube ich, Landelplatz ist, glaube ich, ein sehr guter Spot. Da stellt euch bitte einfach alle hin. Alles schön im Kreis aufstellen, in die Mitte gucken. Das wäre sehr, sehr cool. Dann kann ich mich hier hinstellen und dann sehe ich euch alle wunderbar. Oh, wird beschossen. Also, wie kann man so lost sein? Das ist geisteskrank. Chat, das ist eure Schuld. Wie kann man denn, also, wie kann man so ein Griefer sein? Ah, never mind. So, Leute, das war's heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch sehr gerne noch ein Abo auf diesem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.